So Leute, wir sind hier gerade nochmal und ich versuche mal jetzt hier hinzugehen und zu sterben. Ich bin gespannt. Und wir haben es nicht geschafft. Nein, wir sterben. Okay, Moment. Okay. Ich weiß nicht warum. Ah, jetzt! Ich weiß nicht warum es nicht geklackt hat, aber wenigstens erst tot. Gut, wenigstens erst tot. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch, würde ich sagen. Goal, ja! Ähm, okay. Bitte jetzt nicht sterben. Wenn du jetzt stirbst, bitte lass mich zum Ziel. Bitte. Es wäre so traumhaft. Wunderbar. Haben wir es geschafft? Können wir jetzt zum Ziel? Ja, wir haben es geschafft. Oh Gott sei Dank. Gut, dann kannst du jetzt weitergehen. Eigentlich kommt noch so ein Minispiel, denke ich jetzt mal. Oh. Ist meine Zeit gekommen? Bin ich jetzt dran? Ja? Darf ich jetzt zeigen, was ich kann? Ja, echt? Geil! Oh, geil! Ja, das ist geil, wirklich die ganze Zeit sich hier zu drehen. Das macht mega viel Spaß. Ich hoffe, wir werden es nicht die ganze Zeit so... Es wird pink! Oh, wie toll! Der andere kann auch nicht mehr sterben. Ich drücke schneller! Die rennen einfach rein und denke ich, jo, macht bestimmt Spaß. Habe ich nochmal? Nein, 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 nein! Ausgewichen! Und in dein Gesicht! Hä? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Das hier. Und dann... Hä? Was ist hier los? Egal. Jetzt aber! Und dann durch! Hey, wieso macht sie das nicht? Das war doch eigentlich so... Okay. Warte, falsch, falsch! Oh, falsch! Nein! Nicht mich töten tun, bitte! Oh Gott! Was machen die? Ich spreche auf mich drauf. Sind die behindert? Ich möchte das eigentlich... Schlapp mich nicht mit deiner... Ich habe gesagt, schmeiß... Nein! Bitte einmal jetzt zu töten, genau. Dann halt kein... Oh Gott! Bitte jetzt... Sparkle-Hunting-Camp übrigens, als ich das nachgespielt habe, zweimal Sparkle-Hunting bekommen. Fand ich voll cool. Jetzt bitte einmal so kurz springen. Genau, das wollte ich nämlich machen. Oh Gott, geh weg! Du wirst jetzt nämlich auch sterben. Danke! You're supposed to throw dollar bills, dude, not bombs! What the fuck? Jetzt verstärken andere. Das vermisst, okay. Tötet ihn jetzt einfach so. Und funktioniert's. Siehste? Oh, schön, hier dieses... Oh! Und ihr werdet sterben! Nein, nicht mich angreifen! Super! Sparkle-Hunting! Wir kriegen davon viel Geld auf einmal. Was ist da los? Naja, eins, weil das ist auch nicht mega viel. Ihr müsst alle sterben! Und weiter geht's. Eigentlich habe ich das total dumm eingesetzt, aber... Okay, wahrscheinlich kommt das nochmal ein Minispiel. Super, okay. Hat sich wenigstens gelohnt, das Lied noch zu Ende zu hören. Äh, ready? Nein, bin ich eigentlich... Eigentlich nicht. Aber ich gucke mal, was sich machen lässt. Wahrscheinlich kommt jetzt das nächste Minispiel. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich gucke mal, ob meine Stimme aufgenommen wird. Ja. Ich habe keinen Bock drauf, dass ich nachsprechen muss wie im letzten Part. Das hat mich ziemlich aufgeregt. Aber das kriegen wir schon hin. Okay, what the fuck ist hier los? Pass auf die weißen Blöcke auf und durch die Zombies umziehen und kommen. Okay. Warte, 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 warte mal. Ganz kurz, ich brauche kurz einen Lollipop. Ja. Ich hätte hier vielleicht einmal... Oh, pass auf, ich möchte wirklich nicht zu diesen Kugeln kommen. Ich schlafe das auch nur die ganze Zeit nochmal an. Okay. Wahrscheinlich... Wird das noch alles viel schwieriger? Nein, 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 nein. Ich bin mal kurz hier. Warte, 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 warte. Ich will nicht was ausprobieren. Leute, gebt mal kurz... Hallo. Ich möchte jetzt bitte einmal aufstehen. Wartet mal. Ich möchte eigentlich Nick ausprobieren. Wieso geht das nicht? Was ist hier los? Die Blaster-Dinger sollte ich vielleicht... Alter, die machen mich ja... Was ist hier los? Stirbt doch bitte alle. Bin ich jetzt tot? Ach nee, ich habe den getötet. Ich dachte gerade, der hat mich irgendwie getötet oder so. Okay. Leute, Leute, Leute. Oh Gott. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tue. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Pass auf. Ach du Scheiße. Pass auf, ich möchte nicht. Nein. Oh Leute, ich bin überfordert mit euch. Ich bin wirklich überfordert mit euch. Nein, 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 nein. Oh Gott. Warte mal, ich brauche einen Lolli. Was ist hier los? Stirbt dann bitte alle. Danke. Ihr jetzt auch? Haben wir irgendwo einen Block? Nee. Ach du Scheiße. Geht's hier jetzt weiter? Gut, ich kann hier raus. Okay, ich bräuchte bitte auch einen Lolli. Da hinten ist ein Lolli. Gut, den brauche ich wirklich. Ich habe hier ein bisschen verschwenderisch gearbeitet. Aber das war kein Problem. Nein, ich komme da nicht hin. Wieso nicht? Ich muss hier vielleicht einmal außen rumlaufen. Ja, ne? Nicht dadurch, ich brauche den Lolli unbedingt. Yay. Jetzt habe ich vier, glaube ich, oder? Habe ich da hinten noch einen? Nee. Dann gehe ich mal weiter. Ich habe es schon richtig schwierig. Oh Gott. Aber das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Das kann ich schon mal sagen. Das Land ist cool. Ach, wenn ich erst dachte, oh Gott, Hilfe, wird das schwierig, aber... Oh, warte mal. Ich lasse jetzt mal kurz zu Ende reden. Wir haben nämlich noch zwei Anrufe, die wir anhören müssen. La, la, la. Es tut mir leid. Coole Musik geht gerade nicht. Okay, dann halt nicht. Ähm... Wir brauchen Musik. Wo ist dein Vater? Mein Vater ist gerade nicht hier. Der hilft mir gerade, die anderen zu töten. Hey, Juliette, es ist Mom. Hast du deinen Vater gesehen? Ich, 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 ich will nicht, es ist ein Wurziger, aber, äh... Er war supposed to call an hour ago und hasn't. Macht sie sich gar keine Sorgen, dass ich noch nicht zu Hause bin? Es ist fast neun. Oder eher auf meine anderen Geschwister? Ja, dein Dad ist nicht da, aber was ihm ist, ist mir scheißegal. Ich mag Schwule. Okay, schön. Freut mich. Juliette! Was hörst du gerade jetzt? Ich hörst MSI und sie sind nicht. Ich muss sagen, die Band gefällt mir eigentlich. Ich hoffe, ihr kennt die Band. Die cool ist, genau. Die Band ist cool. Die ist wirklich ziemlich cool. Ich hör die wirklich gerne. Da hab ich sogar ganz viele wieder auf meinem Handy. Du kannst mal bitte sterben. Ganz ehrlich. Oh, du bist ja... Alter, ganz ehrlich. Nervt doch nicht. Dankeschön. So, ich möchte mir jetzt was kaufen. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Lolli kaufen sollte oder so. Hallo? Ha, okay. Geht doch. Ähm, ich glaube, ich nehme mir einen Gesundheits-Upgrade. Nee, ich brauche einen Lolli. Ja, ich brauche einen Lolli. Ähm, brauchen wir vielleicht noch... Nein. Mehr Leben, ne? Mehr Leben klingt gut. Entschuldigung, dass ich jetzt mein Geld dafür ausgebe, aber ich finde es wichtig. Das ist ja auch wieder Leben. Zielsuchen des Sneakers. Das ist hier recht weit in mir. Erholung. Stärke hätte ich gerne, aber clean bin ich. Hm. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Dann würde ich lieber auf das Nageltier essen... Sparen, genau. Sparen. Und du lebst ja noch. Kannst du mal bitte sterben? Hallo, warum macht er so viel Schaden? Was ist denn los mit dem? Stirb! Oh Gott. Nein, da sind auch noch welche. Die sind hier mega stark. Was ist denn los mit denen? Oh Gott, was macht er denn jetzt? Oh Gott, er wirft mich ab mit irgendwas. Wow. 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 Ganz ruhig, bitte, liebe Zombies. Oh Gott, nicht auf mich. Ah. Bitte stirbt mal, okay? Alter, die sind mega stark. Ich möchte bitte die einfachen wiederhaben. Die einfachen Zombies. Alter. Ganz ruhig. Wow. Leute, 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 Leute. Und bam. Dankeschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht, bitte, geht weg. Ich weiß nicht, was ich... Oh ja, oh ja, das mache ich so gerne. Das kam voll selten. Das muss ich ehrlich sagen. Das kam richtig. Regenbogen. Und wir sterben. Habe ich jetzt für dich. Nein, du... Was ist denn los mit denen, Mann, ey? Und jetzt da durch. Danke. Dahinten ist jetzt auch einer, der mich irgendwie angreifen will. Äh, Juliette, ganz ruhig. Ich möchte eigentlich nicht... Nein, 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 er guckt mich jetzt an. Alter, die sind mega stark. Was ist denn mit denen? Ich richtig. Ich möchte irgendwie... Nein, nichts. Ist das dann ernst? Da wirft es wieder. Da wirft. Oh Gott, ich sollte auffassen. Ähm... Und das einmal durch. Aber ich kriege die irgendwie nicht, weiß ich nicht. Okay, pass auf. Da wirft es, glaube ich, wieder. Aber ich habe keine Ahnung, was die eigentlich macht. Oh Gott, nein. Ich möchte irgendwie... Ich weiß nicht, was ihr es macht. Oh Gott. Hilfe, ich bin wirklich gerade überfordert mit diesen Zombies. Und da durch. Stirbst du bitte? Oh, das lebt ja noch. Oh Gott. Hallo, ich möchte eigentlich... Ist das dein Ernst? Ich habe den Fall angezielt. Aber irgendwie meinte, nee, den möchte ich nicht treffen. Habt ihr es jetzt? Ach, 10. Da steht ja auch 10 von 10. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, die rote Tür öffnet sich. Oh, fuck you. Fuck you. Das wird mir doch gerade ein bisschen zu blöd. Ihr seid zu stark. Doch irgendwie... Muss man gleich auf jeden Fall ein Upgrade kaufen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den da hin möchte ich töten. Nein, nein, nein. Nicht den. Nicht den. Wow. Wow. Nicht auch... Nee, nee, nee. Den anderen hier. Nee, den... Oh, nee. Den hier. Den, äh, warte, den da. Genau. Genau, den möchte ich töten. Genau, den. Weasley. One Weasley, also, ja? Alter. Du musst hier irgendwie versuchen, zu töten, weil... Ich sehe, er macht gerade gar nichts mehr. Ist in Ordnung. Alter, verfickte Scheiße, ne? Alter, hör auf, diese Sachen zu machen. Danke. Weasley ist tot. Richtig so, Weasley. Stirb mal. Weißt du, was ich jetzt mache? Das hier. Verdammte Scheiße. Angreifen. Danke. Sparkle-Hunting mit Herzen, die aus dem Kopf kommen. Mach ich gerne. Du stirbst auch. Ich kenne euch alle Scheiße. Du auch. Wo sind die anderen? Da ist einer. Stirb. Wo sind die anderen? Da. Stirbt. Euch kriege ich kein Sparkle-Hunting. Ihr seid so scheiße. Haben wir es jetzt? Dankeschön. Das war dumm. Ihr seid alle dumm. Ich deabonniere euch. Nimm ich noch mal eine Stimme auf. Ja, Gott sei Dank. Oh nein. Ernsthaft? Hallo. Ich habe ihn noch angeschossen. Habe ich ihn getötet? Oh Gott sei Dank. Sowas ist überhaupt nicht meins. Ihr wisst das vielleicht schon. Aber sowas ist einfach nicht meins. Immer wenn ich so eine Zeit sehe, denke ich mir so, nein. Ich werde sterben. Oh, das finde ich nett. Danke. Ja, ich kaufe mir jetzt. Ja. Ich kaufe mir jetzt einen Lollipop und auch einen Mein-Lebens-Upgrade. Wäre vielleicht gar nicht... Nee, ich gucke erst mal. Mein Leben wird da nicht aufgeladen, oder? Nee, ne? Nee. Okay, nehme ich jetzt einen Lollipop und kaufe mir einen. Ja, ich kaufe mir einen. Hallo? Wartet bitte. Gleich. Ich möchte ihm erst mal bitte einmal einen Lollipop kaufen. Da war es. Genau, da möchte ich bitte was kaufen. Und dann komme ich auch gleich zu dir. Ja, komisches Ding, was irgendwie mit mir gesprochen hat, oder so. So, Lolli kaufen. Habe ich genug Geld? Ja, hatte ich, ne? Gut, hatte ich. Mein Film ist noch neu. Da hätte ich mir auch wieder... So, kann ich euch irgendwie kaputt machen? Nee. Scheiße. Bin ich hier noch irgendwie Lolli oder so? Sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir jetzt da halt hin. Hier. Und noch so ein Minispiel. Scheiße. Bin gespannt. Was ist das? Okay, ich... Nein, 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 nicht da hin. Ich dachte gerade, sie geht da schon hin. Ich bin mir ganz unsicher, was das hier jetzt eigentlich werden soll. Um schon eben kurz zu gucken, was ich hier... Oh, nein! Okay, wir müssen hier langsam hochkommen. Dann können wir so Sachen, die uns angreifen. Alles klar. Also eine Scheibe, die ich nicht sehen möchte. Die wirft mit Kuhn... Kühn... Dings. Mit Kuhn. Genau, mit Kühn meine ich. Was ist denn da? Das ist schon ein bisschen lustig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber muss das nicht unbedingt sein, okay? Können wir Kühn... Oh, da. Oh, fuck. Ich habe mich nicht gesehen. Entschuldigung. Man sieht diese Menschen auch nicht so wirklich. Töten. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich sie nicht treffe. Und die Steuerung ist hier richtig kacke. Also der reagiert gar nicht. Da muss ich richtig doll aufpassen. Dann kommt hier immer nochmal... Was ist das denn jetzt, bitte? Wahrscheinlich finde ich hier ein richtig viel Leben. Ähm... Ach, du Scheiße. Hier bin ich nicht getroffen, ne? Nee. Oh Gott, was, 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 was? Was? Ach, jetzt sterbe ich da schon. Das ist aber nett. Okay, Leute. Wie viele Tote werde ich sehen? Ganz viele. Aber wie soll ich denn... Das ist... Okay. Ich kriege das hin. Mal gucken. Also, das ist ja eine lustige Idee. Aber wenn ich gleich wieder sterbe... Ich sehe zum Beispiel gar nichts. Danke. Okay, ich muss gucken. Weil, ähm... Das finde ich halt unfair, wenn ich dann gleich sterbe, wenn mich so ein Teil trifft. Das finde ich echt nicht cool. Finde ich nicht nett. Aber mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal. Muss mich auf jeden Fall konzentrieren. Weil ich muss gleich halt richtig an... Nein, ich möchte keine Crew. Aber danke für das Angebot. Also, Kühe habe ich grundsätzlich... Stür... Hm. Hm. Ich konnte nicht rechtzeitig zur Seite. Okay. Machen wir es nochmal. Wir müssen mehr Konzentration jetzt beheben. Ansonsten muss ich jetzt wieder wegschneiden. Das Problem ist, wenn ich zu viel sterbe, bin ich immer so richtig nervös und so und... Ich sehe zum Beispiel diesen Typen hier nie. Oh, ich drücke... Aha. Das ist so scheiße, ich möchte zu steuern. Ich hasse es. Äh. Mein Hals macht komisch. Nein, 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 nein. Oh, ich dachte gar nicht, ich sterbe jetzt wegen dem. Bitte tu mir das nicht an. Ich möchte nicht von einer Kuh erschlagen werden oder so. Okay, einfach die ganze Zeit draufhauen. Äh, drauf... Drauf schießen. Äh. Und jetzt zur Seite. Ich möchte nicht von einer Kuh... Keine Kuh. Eigentlich hat sie mich jetzt getroffen, weil... Oh Gott, nein! Ah! Das ist so eine Kacke! Das ist Hilfe! Okay, da oben machen die eben die Sachen. Warte. Nein. Nein, zurück! Nein! Ah! Was ist das? Ich konnte nicht... Ähm. Ich muss sagen, wir machen das im nächsten Part. Ich mache jetzt... Nee, das ist ja auch scheiße. Aha. Wir machen das noch einmal. Ich weiß nicht, wie ich das eben gemacht habe. Weil da kommen wir so schlecht vorbei, weil die geht einfach zu langsam runter. Ich drücke einmal. Dann braucht ihr noch Jahre, bis sie das nächste Mal reagiert. Und deswegen... Ähm. Ist zwar eine nette Idee, aber so richtig unfair gestaltet, wisst ihr? Deswegen finde ich das jetzt nicht so cool. Ähm. Weil ich finde das unfair, wenn man da halt gleich mit einmal getroffen ist, schon ist man tot. Das gilt ja jetzt als ganzer Tod. Und, ähm. Dann hat man da am Ende natürlich eine richtig scheiß Bewertung. Also mir ist das mittlerweile egal. Ich habe am Anfang gesagt, scheiße. Ähm. Mir war das richtig wichtig, weil ich sowas nämlich gar nicht abkann. Aber jetzt ist mir das eigentlich einfach nur egal. Und ich werde hier wahrscheinlich tausendmal sterben. Oh Gott. Zur Seite. Und man sieht hier auch nicht so wirklich, wo man halt ausweichen kann, wisst ihr? Oh Gott. Du bist ein Penner. Du wirst jetzt sterben. Habe ich jetzt versprochen. Ähm. Guck mal, sonst hier irgendwo lang. Hier bin ich gestorben eben, ne? Ähm. Okay. Jetzt hier irgendwie rüber. Und dann hier zur Seite. Genau. Das war schon mal gut. Ähm. Dann kommt hier einer. Muss ich kurz dicht töten. Dicht töten, dicht töten, dicht töten. Der andere wirft jetzt. Dann schieße ich ihn jetzt ab. Jupp. Und dann können wir langsam weiter nach oben. Ich hoffe, das geht nicht so lange, dass ich mich voll keinen Bock brauche. Oh fuck. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich sterbe. Mein Herz gerade wirklich. So. Du wirst sterben. Was war dieses fette Teil denn? War das hier irgendwie? Ähm. Nee, jetzt mal müsste ich hier dran vorbeikommen. Genau. Das weiß ich noch. Muss mich gerade so ein bisschen konzentrieren. Tut mir leid. Oh Gott. Ähm. Das kam hier, ne? Genau. So ein Auto fliegt hier einfach. Okay. Konzentration bitte. Da fliegen jetzt die ganze Zeit Autos runter. Okay. Gut zu wissen. Die ganze Zeit fliegen hier Autos runter. Okay. Was habe ich das? Oh Gott. Ach, da ist ja auch noch ein Typie. Ach, der wirft das alles runter. Oh, oh. Oh, fahrt zur Seite. Oh Gott. Ich dachte, ich sterbe gerade. Oh Gott. Hilfe, Leute. Bitte tut das nicht. Das ist echt nicht nett. Ich muss hier erstmal klarkommen mit dem Scheiß. Oh Gott. Was ist das denn jetzt schon? Nein. Ach du Scheiß. Habe ich mich gerade erschrocken. Das fliegt hier einfach runter. Hier kann ich nicht lang. Hier fliegen noch andere Sachen lang. Okay. Die kann man aber wahrscheinlich erschießen, ne? Wäre ich nicht mal so dumm gewesen. Die kann man alle erschießen. Okay. Kein Problem. Gut. Dann kann ich ja mal gucken, wie ich das am besten mache. Man muss sich jetzt hier einfach nur konzentrieren. Das ist nämlich kein Problem. Da wirft jetzt was runter. Oh. Und da kommen noch andere Sachen. Oh. Nein. Ah, fuck. Okay. Hier muss ich zwinglich so da aufpassen. Können ich hier auch alle runter? Schritt für Schritt machen wir das jetzt mal. Ach, die kann man auch zerstören. Okay. Gut. Töten, 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 töten. Sehr gut. Die kann man auch töten. Das habe ich jetzt gemerkt. Äh. Also möchte ich bitte einmal zu dem hier rechts hin. Und dann dich töten. Oder halt nicht. Ich gucke mal, ob ich die töten kann. Wartet. Kann ich dich töten? Kann ich dich töten? Ja, doch kann ich. Sehr schön. Ganz vorsichtig weiter jetzt. Und dann gucken, wie wir hier weiterkommen. Wir haben es geschafft. Was? Ah, okay. Das habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Das war getrollt. Okay. Äh, wahrscheinlich machen wir jetzt am Anfang wieder weiter, ne? Ähm. Ach, wisst ihr was? Das machen wir dann am nächsten Part zu Ende. Dann, ja, ach komm, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mache ich dann im nächsten Part und dann, äh, ja. Tschüss.